Den Finanzierungsmix eines Unternehmens auf ein möglichst breites und somit sicheres Fundament zu stellen, ist eine der Kernaufgaben eines Unternehmers. Mein Name ist Richard Heller, ich bin Leiter des Firmenkundengeschäfts bei Credit Chef und in meinem Vortrag möchte ich gerne Alternativen zu Hausbahnen und zu bestehenden Finanzierern auch zeigen. Sowohl im Betriebsfällebereich, aber auch in dem hier heutigen Thema der Nachfolge. Ich freue mich auf einen spannenden Diskurs mit Ihnen, auf eine spannende Diskussion und freue mich sehr, wenn Sie bei unserem Format dabei sind.